Wellness, rasch abschalten, sich wohlfühlen und Energie tanken mit Bioterik. In der heutigen Zeit bleibt immer weniger Zeit für sich, um sich von den Strapazen des Alltags und des Berufslebens zu erholen, und das, obwohl an jeder Ecke verschiedenste Wellness-Angebote locken, seien es Kosmetiker, Thermen, Schwimmbäder, Sauna, Masseur, Hotels oder Reiseveranstalter. Gar nicht erst krank werden ist die günstige Alternative. Bioterik unterstützt den menschlichen Organismus, sich auf natürliche Weise selbst gesund zu erhalten. Auswahl an Wirkungen, vollkommene Entspannung und nachhaltiges Wohlbefinden. Aufbau- und Regenerationsprozesse werden optimiert. Immensystem wird gestärkt. Bessere Konzentrationsfähigkeit und mehr Kreativität. Schädliche Nebenwirkungen von Nikotin oder Alkohol werden abgemildert. Kosmetik, die Schönheit kommt von innen mit Bioterik. Abgespanntheit, Stress oder ungesunde Lebensweise kann nicht einfach weggeschminkt werden. Egal wie viel Makulatur sie auch auftragen, ihre Mitmenschen nehmen ihre wirkliche körperliche Verfassung unbewusst wahr. Gesundheit sieht man der Haut an. Bioterik verbessert die Selbstregulation des Körpers. Bioterik hat besonders intensive Hauteffekte, da Bioterik über die Haut wirkt. Auswahl an Wirkungen Die Haut wird gesünder. Bessere Versorgung der Haut mit Nährstoffen. Schlacken, Säuren und Gifte werden abtransportiert. Bessere Hautdurchblutung. Bessere spontane Hautbefeuchtung. Bessere spontane Hauterwärmung. Kollagenbildung wird angeregt, was die Haut elastischer macht. Altersflecken werden heller. Das Hautgewebe wird gestrafft. Durch vermehrten Lymphfluss und erweiterte Blutgefäße wird der Cellulitis wirksam entgegengewirkt. Freie Radikale werden abgefangen und dadurch schädliche Wirkungen von Sonnenbank oder Sonnenbaden gemindert. Also ich mache das jetzt über zwei Jahre, ich glaube sogar noch länger und das ist also eine ausgesprochen gute Sache. Ich fühle mich nach der Behandlung frisch, fit, gesund und ich muss sagen, dass ich das nie aufgeben möchte, diese CO2-Behandlung. Im Gegenteil, ich werde das immer wieder weitermachen. In Abständen von einem halben Jahr oder einem Vierteljahr, je nachdem wie ich mich fühle, es ist für mich eine sehr, sehr entspannende und wohltuende Behandlung. Ich war schlapp und erschöpft und hatte auch so Hitzewallungen und durch die Behandlung, durch CO2 ist das eigentlich alles weggegangen. Meine Haut fühlt sich wunderbar nach der Behandlung an, möchte ich noch dazu sagen. Also ich kann die Behandlung wirklich nur empfehlen.